So, einen schönen guten Abend. Ein neuer Tag, ein neues Let's Play. Wir steigen wieder ein auf Metro. Diesmal auf der Russenseite. Ich spiele zusammen mit dem Furbster und dem Iris. Mal sehen, ob das diesmal jetzt besser läuft als gestern. Auf geht's, Jungs. Jo, ich bin rot. Gut. Ja, ich stege ins Video. Gut, wir sind tot. Ja, was soll ich machen? Ich habe nur ne Pumpgun. Ich habe nur nades, ne? Ja. Ähm. Ähm. Was machst du? Die sind ja gerade alles totgegangen. Ähm. Ich versuche jetzt einfach nur mal ständig wieder da unten reinzukommen. Ich bin losgelaufen. In Seitengang. Wollte ne Nate werfen. Einmal mit dem Bildschirm schwarz. Liege unten. Also beim Gegner quasi. Boot. Einfach so. Was war das? Ist halt so. Ich bin eigentlich nicht mehr mit. Ach, da bin ich. Warum habe ich keinen TD von meinem Knaben? Du musst das noch manuell eintragen. Was? Ja. Ein bisschen retzend. Na, ich werde ihn doch wohl kriegen. So, jetzt. Boah. Wie er nur mit Pech hängen aufhält. Komm. Ah. Das ist keine gute Position. Aber. Schon wieder wie gestern. Schon wieder mit dem. Raketenwerfern da. Oh. Hier geht ja irgendwo ne Munitionskiste rum. Wow. Wow. Ach, hier komm her in die Ecke. Komm hier in die Ecke. Nee, ich habe ja einen. Es ist ja alles okay. Ja, tot. Ich glaube du brauchst keine mehr. Doch. Nimm wieder. Komm. Bin tot. Oh Mann. Wer ist denn Edward? Kann ich bei Edward spawnen? Ja. Die Rangen gefunden. Edward. Edward ist in Team Edward. Twilight, ne? Fan. Ach. Hier gehen wir was mit ihren Lorn schon auf den Sack. Was habe ich denn jetzt für ne Waffe in der Hand? Was ist das denn jetzt? Ähm. Jo. Juhu. Eine 10er Metal. Ich weiß nicht was ich hier in der Hand hab. Eine SKS. Macht glaube ich sogar Schaden. Keine Ahnung. Fan kann es mir lieber. Ich komm noch nicht mal zum Abdrücken ey. Schon werde ich mal wieder von. Von was? Vom Mika-Allo. Fällt der um wo ich spawnen will und ich steh bei A. Ich versuche mal die erste Räume runter zu gehen. Was geht. Wenn ich mal über die Postkisten kommen werde. Ach die sind schon unten. Echt? Dann komm ich gleich hin. Ja. Ja. Zwei Kilogramm gehackt. Das hat nicht blöd. Ja. Ich guck da unten hin und ich seh fast 4 M316. Ne 5 sogar waren es. 320. Ja. Was hab ich gesagt. 360. 360. Ja. Das ist die Weiterentwicklung. Achso. Jetzt noch mehr Granaten. Ja. Eieiei. 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 Bin unten drin. Zack. Ach so. Herzschläger. Da seh' die Katze. Genau, so. Du stehst beim Gegner. Ach so. Ich bin drin, ne? Du kannst bei mir spawnen. Ja, ich lebe mich hinter dir quasi. Ah, da bin ich. Grüß dich! Hier liegt ne Claymore. Ich bin tot, man möge mich retten. Gangstoff zernichtet. Mitleck in der Mitte. Direkt bei mir bei der Tür, links in die Ecke mehrere. Bleib da weg, ich schieße Granaten. Aua. Guck mal, er wills bestimmt nochmal probieren. Achtung. Okay, da geh ich ihm halt entgegen. Und ich lege ihn nicht, natürlich. Er hat nichts mehr. Halt! Werde ich doch von hinten erschossen. Ach man. Schaffst du das noch zu halten? Ah, Junge, Junge, Junge. Bäh. Bäh. No. Ich kann nichts mehr machen. Ich hab keine Munition gerade. Hör mich auf. Wenn du noch stehst. Ah, ne, da fliegt einer. Je nach der anderen hier rein. Jetzt kannst du mal leben, die Versen. Ja, das war's. Ey. Wo hat denn er eigentlich schon wieder 10.000 Punkte her, der E-Box? Granaten werfen. Oh, ist gar nicht. Warum rennt ein Airport? Die rollt aber wieder hoch. Was ist mit ihm los? Ah, nein. Da war die Munition wohl alle. M16A3. Ex... Äh... E-Box kommt jetzt vor. Der ist auf die Schienen bei meinem M16. Wissen. Oh, den hab ich aber gelegt, ey. Hier, ich kann doch nicht mal nachladen, hier oben an der Rolltreppe. So viele Gegner kommen hier. Da, fang. Ich seh dich doch nicht. Ah, toll. Komm, einmal. Unten drin. Und rot. Ich bin halt nur am Fliegen, Alter. Das ist der Hammer. Komm, hier, du mit deinem Rotlicht. So, jetzt hab ich dich. Zwei Kilogramm gehackt ist. Komm zu Wort. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den einfach mal entgegenjamben können. Schade, für den Händen hat es nicht mehr gereicht. Bin unten drin. Komme. Was bist du? Äh... Armgun, also, äh, 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 sag mal hier. Support, äh, äh, äh... Ich hab nämlich noch ein Kill mit C4. Ey, so. Schuh, Alter. Ach, die gehen mir auf die Nisse, Alter. Ach, die gehen mir auf die Nisse, Alter. Die haben ja auch ins Gesicht, diese Lidei Katze. Äh, 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 äh... Soll ich dann verkaufen? Wo stehe ich hier? Hey! Bin unten drinne. Ach, komm schon! Du brauchst zu lange zwischen den Schüssen mit der stinknormalen Pumpgun. Das dauert zu lange. Grüß mal. Das ganze Magazin hat nicht gereicht, um ihn zu legen. Vorne bei dir und bin auf der Helfen. Weiß nicht wovon. Hilfe bei Kill 97. Absolut effektiv. Ich bin ein wichtiges Mitglied dieses Teams. Wann, die liegen doch wieder alle. Warum liegen die? Weil, hatte ich einen Desmatch mit einem Müllcontainer? Ich werde niedergehalten. Ich breite ihn wieder vom Busch. Wie ist das da unten eigentlich alles frei? Ja. Was? Vom Kaswis Arska? Sehr exotischer Name. Guck mal noch da an. Guck immer noch. Nur auf mich raus. Ey, der stürmt halt nicht. Kannst du mal Sniper hier in meinem Spawn? Hier unten. Komm mir nämlich sonst nicht mehr weg. Hallo. Plupp. Der Herr E-Box. M320. Von wo auch immer. Level 100. wird. Dass er trotzdem immer noch so den Drang hat, so krass viele Punkte zu machen, obwohl er schon Level 100 hat. Steh ich nicht. Wir haben mit einem Schuss mit der Dao sofort umgeboostet worden. Hinten beide Züge. Geht ganz weit hinten rein am besten. Ja. Ey, wie er nicht stirbt. Hilfe! 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 Er kassiert direkt Helder und stirbt nicht und kann mich um die Wand hinten. Ich wurde gerade von einem Level 1 erschossen. Ist irgendwie schade. Boah. Der Sniper spimmt auf die Ecke. So ein Kill wär immer wieder nice. Hiltes Luxus. So, ich hab da drüben zwei Sniper ausgeschaltet. Ich bin drinnen gegen den Spawnbarke vernichtet. Au. Was ist denn jetzt schon da? Ah, da ist ein Comeback. Dieser D-Day-Katze regt mich auf. Kann immer einen an der linken Seite töten. Der läuft nur links, rechts die ganze Zeit und schießt einfach nur drauf. Edward ist cool. Hätten Sniper auf ihn ist so scheißgal. Er ist Edward. Er funkelt in der Sonne. Ja. Noch. Der Epoch. Hier kommt in die Ecke tot. Das Gesicht. Kopfschuss. Fortkopfschuss. Loll. Das hat er nicht auch nicht? Ich hab ihn komischerweise doch geholt. Ich hasse es. Ich krieg nie die richtige Entferne mit der M320 für diese U-Bahn. Das ist so ne blöde Position hier. Mr. Diggles. Oh, kann mich einer retten wo ich liege? Ich glaube nicht. Ich spawn doch mal wieder oben. Ich versuch der Ritter auch ein bisschen zu supporten. Pups, da geht er nicht raus. Es halten 8 Sniper auf diese Ecke. Einen hab ich. Einen hab ich. Verzogen. Hab ich gar nicht verzogen. Hast mich nur geholt. Ich seh auch schon gerade. Der neueste Rad geht. Ist auch schon wieder zu Ende. Ich werd einen neuen starten. Bis gleich.